Also, ein Applaus an den Stefan Gladöck, Weltmeisterschaftsteilnehmer Powerlift im sechsten Platz. Er hat den ganzen Jahr mit der Veranstalt. Danke, ich komme an Sie, wir sind jedes Jahr in Dünnig. Die ganze Vorbereitung, ein Trepp. Ein Applaus an den Stefan Gladöck, VM-Teilnehmer Powerlift im sechsten Platz in Graz. Mit seinem ersten Besuch, 185 Kilo. Im geültigen Besuch, der Stefan Gladöck, 185 Kilo.